Pflegeheim, die geile Sau, bei uns auf Schatz und 4 Ist knapp bei Kasse und darum gibt's Taschengeld von mir Was sie dafür machen soll, hat sie mich gefragt Zieh dich einfach nackig aus, hab ich zu ihr gesorgt Und ganz liebevoll flüsterte ich ihr dann zu Komm her, du Sau und lutsch an meinem Sack Steck deine Finger in meinen Arsch und ich spritz sofort ab Und wenn dir das gefällt, dann like und helles Auf Wiedersehen